Hey, heute ist wieder ein Mini-Tory für dich. Male einen Buchstaben vor, lass ihn aussehen wie ein Baumstamm mit Ästen, male ein paar Astlöcher rein mit einer Maserung drumherum. Ich benutze da jetzt zwar einen Marker, aber ich glaube ein Fineliner würde sich dafür viel besser eignen. An ein paar Stellen kommen ein paar richtig schöne Blätter, ich habe sie mintfarben gemacht. Wie wäre es mit ein paar Kirschblüten oder Apfelblüten oder allgemein irgendwelchen Früchten dran? Male den Buchstaben hellbraun aus. Ich habe noch ein paar schwarze Outlines und ein paar kleine Details hinzugefügt. Und fertig ist der Baubuchstabe, folgen wir für mehr Tutorials.